Geliebte Söhne und Töchter Gottes, ich möchte euch die Lösung für all eure Probleme anbieten. Alles, was ich von euch verlange, ist, dass ihr mir mit der Unschuld und dem Glauben eines Kindes vertraut. Genau wie Kinder ihre Eltern um etwas bitten, ohne sich um die Schwierigkeiten zu sorgen, einfach nur bitten und darauf warten, dass sie empfangen, auch wenn ihre Eltern Nein sagen, warten sie weiter, weil sie vertrauen. Ich bitte auch dich, mein Kind, so zu sein. Bitte mich mit der Gewissheit, dass ich dir geben werde, wonach du mich bittest, und warte mit Vertrauen und Glauben. Selbst wenn es dauert, warte, denn dieses Versprechen wird erfüllt werden. Warte einfach die angemessene Zeit ab, und es wird eintreffen. Ich weiß, mein Kind, dass die Situation, mit der du konfrontiert bist, komplex und voller Schwierigkeiten ist. Aber begrenze nicht meine Macht. Ich kann und möchte für dich sorgen. Ich möchte dir alles geben, was du brauchst. Es liegt nur an dir, zu bitten und auf meine Arbeit und meine Zeit zu vertrauen. Bitte und du wirst empfangen, aber habe Glauben und sei immer im Gebet. Derjenige, der bittet, soll wissen, dass ich segnen kann. Derjenige, der wartet, soll geduldig sein und wissen, dass er empfangen wird. Halte dein Herz bei mir, fern von Hass, Tratsch und Streitigkeiten, denn diese Dinge lassen dich nur Zeit verlieren. Lass deine Zeit von Nächstenliebe, Solidarität, Glück, Gebet und Glauben erfüllt sein. Es gibt keine Grenzen für meine Liebe zu dir. Ich bin immer an deiner Seite, bereit, dir in allen Lebenssituationen zu helfen und zu leiten. Auch inmitten von Widrigkeiten denke daran, dass ich die Kontrolle über alle Dinge habe. Habe Mut und vertraue mir, denn ich bin deine Zuflucht und Festung. Lass dich nicht von Unsicherheiten und Herausforderungen entmutigen, die dir begegnen. Ich habe die Macht, jede Situation zu verwandeln und dir die Lösung zu bringen, die du brauchst. Wenn du Schwierigkeiten hast, übergebe sie mir im Gebet. Lass mich mich um jedes Detail kümmern und vertraue darauf, dass ich zu deinem Wohl arbeite. Habe Geduld und glaube daran, dass die Antwort zur richtigen Zeit kommen wird. Während du wartest, bemühe dich darum, dein Herz mit Liebe und mit Gefühl zu erfüllen. Übe Güte aus und reiche denen die Hand, die es brauchen. Denke daran, dass das Leben eine Reise des Lernens und spirituellen Wachstums ist. Wisse, dass meine Liebe zu dir bedingungslos und ewig ist. Ich wünsche nur das Beste für dein Leben und bin immer bereit, dich zu segnen. Halte deinen Glauben an mich aufrecht, denn durch ihn wirst du die Kraft finden, voranzukommen. Geliebtes Kind, vergiss niemals, dass ich immer an deiner Seite bin, bereit, dir zu helfen und dich zu leiten. Vertraue mir, übergebe mir deine Träume und Sorgen, und ich werde Wunder in deinem Leben vollbringen. Glaube weiterhin an meine Versprechen und wisse, dass ich im Hintergrund arbeite, um Großes in deinem Leben zu bewirken. Bleibe treu und beharrlich, denn das Beste steht noch bevor. Ich lasse meinen Segen über dich kommen und umhülle dich mit meiner Liebe. Gehe voran, voller Vertrauen, dass ich mich um alles kümmere. Ich liebe dich über das hinaus, was Worte ausdrücken können. Amen.